Cheyenne Club Rendsburg feiern unter Freunden. Seit 1978 ist er der ideale Treffpunkt für Jung und Alt, der Cheyenne Club Rendsburg. Ein Club mit einem ganz eigenen, einzigartigen Charakter, wie nur ein Familienbetrieb haben kann. Im Zentrum Schleswig-Holsteins gelegen und perfekt mit dem Auto oder zu Fuß zu erreichen. Dreimal die Woche feiern hier Leute aus Rendsburg und Umgebung die ganze Nacht. Man kennt die Leute, man ist unter sich, feiern unter Freunden. Das ist das, was mir hier sehr gefällt. Das Herzstück des Cheyennes ist die Disco. Auf der Tanzfläche kommen Fans von originaler Musik voll auf ihre Kosten. Heiße Atmosphäre ist durch die kleine Tanzfläche garantiert und eines der Markenzeichen des Cheyennes. Wer eine kurze Pause und ein Drink braucht, geht einfach zu einem der vier verschiedenen Tresen. Einer von ihnen ist der längste Tresen Norddeutschlands. Hier gibt es ein vielseitiges Angebot für durstige Kehlen. Korn, Wodka, Rum, Mexikaner und die hausgemachte Spezialität Citro sorgen für ausgelassene Stimmung. Und wer es ein wenig langsamer angehen möchte, kann natürlich auch Softdrinks oder ein einfaches Wasser ordern. In Cheyenne ist einfach immer was los und man kann gut tanzen. Man trifft hier echt jeden. Also Cheyenne ist so der Treffpunkt von allen Leuten. Wenn du irgendwo hingehen willst, dann geh am besten zu Cheyenne. Wir sind halt in ganz Deutschland verteilt durchs Studium. Und wenn man dann nach Rensburg kommt, geht man in Cheyenne und trifft alte Leute wieder aus der Schule oder teilweise sogar aus dem Kindergarten oder Grundschule. Und trifft halt jeden hier wieder, was das Cheyenne ausmacht halt. Mir gefällt besonders mittwochs in den Ferien, die Feriendisco. Mir gefällt am besten der Grillruf, weil man da nachts auch noch was essen kann, wenn man mal Hunger hat. Und die Tanzfläche, weil man halt cool Parten machen kann und tanzen kann und so. Der Raucherbereich der Disco ist allseits bekannt als das Shooter ist. Zwei Tresen und zahlreiche Sitzgelegenheiten laden zum Chillen ein. Trotzdem ist man durch einen Durchbruch immer ans Geschehen beteiligt und hat freien Blick auf die Tanzfläche. Es ist wirklich Musik, die sich halt zusammen mischt aus aktuellem Chartzeug, aber auch so Dorfmusikzeug. Aber das passt ja halt. Das passt zum Ambiente und es ist immer der Stimmung angemessen. Das ist eigentlich klasse. Man hat Spaß mit jedem. Man genießt einfach diese Zeit hier. Ja, es ist auf jeden Fall dicht dran. Hier kann man nichts falsch machen. Wenn man die Cheyenne hat, kommt man nur umsonst rein. Also sehr schülerfreundlich hier. Das Besondere am Cheyenne Club ist mit Sicherheit der Grillroom. Geteilt in einen Raucher- und Nichtraucherbereich ist dies der Ort, wo keine kulinarischen Wünsche offen bleiben. Ob Fastfood, Salate, La Fluse und sogar Steaks. Für jeden ist für kleines Geld etwas dabei. Und wer fertig mit Essen ist, kann sich noch auf den gemütlichen Sitzbänken erholen oder sich bei einer Partie bejahrt die Zeit vertreiben. Wir saßen einfach zu Hause und dachten uns so, nö, wir haben noch Lust auf Tanzen und deswegen sind wir hergefahren. Einfach die Auswahl. Es ist nicht nur ein Club zum Tanzen, sondern auch zum Reden, zum Essen, zum Trinken. Auch einfach mal zur Entspannung. Am liebsten halte ich mich in der Hauptlounge aus. Das heißt, da wo die Tanzfläche ist, man kann schön abdancen, einfach Spaß haben und man kann auch ein bisschen was trinken. Wir können einfach uns auslassen und einfach mal abschalten. Von der Arbeit, vom Job her. Es ist einfach geil. In der Cocktailbar lernt man die gemütliche Seite des Cheyennes kennen. In entspannter Atmosphäre kann man sich hier mit Freunden unterhalten und dabei das reichhaltige Getränkeangebot voll ausschöpfen. Das Highlight sind die selbst gemixten Cocktails, die von allen Besuchern geliebt werden. Das ist meistens der erste Weg, wenn man reinkommt, erstmal rechts ab in die Cocktailbar erstmal hinsetzen. Hier hat man seine Ruhe, kann sich in Ruhe hinsetzen, ein bisschen unterhalten. Also ich finde schon ganz gut die Cocktailbar hier. Also ich habe hier angefangen, als ich in der Schule noch war. Und was das einfach interessant macht, hier zu arbeiten, ist erstmal zum einen die Leute. Selbst wenn ich jetzt hier arbeite, kommen meine Leute irgendwann nachher nachts um zwei immer noch hierher. Man sieht die trotzdem. Das ist einfach, also hier stimmt das gesamte System. Also man hat hier zum Beispiel die Cocktailbar, wo wir gerade sitzen, die hat so eine ruhige Atmosphäre. Man kann wie in einer normalen Cocktailbar eigentlich, wie man sie so kennt, die nur Cocktailbar ist, kann man hier seinen Cocktail genießen. Und drüben ist halt Dancefloor, im Grillroom ist dann halt noch Essen. Weil es ist einfach nicht immer nur, das ist ein Club, in dem man nur feiern kann, sondern man kann halt auch an einem Freitag einfach mal hierher kommen und ein bisschen ruhig schieben. Oder auch in der Woche an einem Mittwoch. Man kommt von der Arbeit, man hat Hunger. Man kann keinen Grillroom essen und das macht den Laden aus. Die Musik ist gemischt. Es gibt mal Pop, mal Rap. Es gibt mal Schlager. Es ist perfekt. Man kennt eigentlich fast jeden. Weil es einfach unter Rendsburg so ist, dass man einfach... Wie eine große Familie ist es hier. Das ist richtig gute Partymusik. Hier kann man schön abfeiern, abdänzen. In der Cocktailbar kann man richtig chillige Musik hören. Das ist schon erste Sahne hier. Man hat die Disco, man hat den Grillroom, man hat die Cocktailbar. Man findet für jeden etwas. Die Drinks sind lecker, die Barkeeper sind nett und das Essen ist sehr schmackhaft. Also überhaupt nicht zu meckern. Also kann man nur weiterempfehlen. Ganz ehrlich. Der Cheyenne Club Rendsburg ist ein Club für alle. Die ganze Nacht abgehen oder einen entspannten Abend verleben. Alles ist möglich. Also kommt vorbei, wenn es wieder heißt. Feiern unter Freunden im Cheyenne Club Rendsburg. Bis zum nächsten Mal.